Wie bei Nuoviso, wir suchen immer neue Ideen, wie wir die Welt besser machen können. Es gibt auch tolle Leute, die viele neue Ideen haben. Einer davon ist mein heutiger Gesprächspartner. Den hatte ich schon oft hier, er kommt aus der Schweiz, er ist Finanzexperte. Aber was bei all diesen neuen Ideen fehlt, ist der geistige Weg, die spirituelle Seite. Und darüber möchte er mit mir heute sprechen, ein weiteres Mal über seinen Humanweg. Und ich freue mich sehr wieder auf das Gespräch mit dem Hans-Jürgen Klausner. Herr Klausner. Danke, freut mich auch. Grüezi wohl. Grüezi, ja, das lernen wir bald. Dass Sie den Weg wieder nach Leipzig gefunden haben. Sie sind viel unterwegs und immer wieder bringt Sie Ihr Weg nach Leipzig. Das finde ich toll, weil Ihre Ideen natürlich dann auch von einer neuen Zeit sprechen. Und wir haben uns ja schon oft ausgetauscht. Das ist jetzt, glaube ich, schon das siebte oder achte Gespräch, was wir haben. Und Ihre eigene Idee war es eben, diesen Weg reinzubringen, also die geistige Komponente reinzubringen. Und vor allem auch aufgrund von dem Feedback, von der Rückmeldung auf eines unserer letzten Gespräche, in dem wir schon gewisse Aspekte in diesem Bereich mal angeschnitten haben. Aber hat Sie das dann doch überrascht, dass da so große Rückmeldungen kamen, vor allem in positive Richtung zu dem Thema? Genau, das ist der Punkt vom heutigen Video, dass ich ja dann als Teil 2 zum letzten geistigen Grundlage des Geldes haben wir das getauft, das Video. Und ich war wirklich überrascht über die jetzt Qualität der Anrufe. Ich habe ja immer gesagt, ich brauche keine Kommentare unter meinen Videos. Die, die mit mir Kontakt aufnehmen wollen, können im Internet schauen, meine Telefonnummer rufen mich an. Und jetzt kamen jeden Tag sensationelle Telefone. Ich habe immer wieder Termine in meinem Büro in Deutschland. Ich habe ein Büro hier, dass die Leute nicht glauben, sie müssen in die Schweiz fahren. Und das trifft sich sehr gut. Also es ist phänomenal, was zurzeit läuft. Und da habe ich gemerkt, also es war ja das letzte Mal schon so, dass ich gemerkt habe, nach sieben Videos, jetzt musst du mal sagen, woher kommt der eigentlich? Was ist dem seine Grundlage? Und ich habe ja mit 16, 17 Jahren begonnen, mich mit Parapsychologie zu beschäftigen. Also die geistigen Gesetze hinter der Schöpfung hat mich interessiert. Wir sind ja alle mal streng katholisch erzogen worden. Und ich habe dann irgendwo so gemerkt, da sind viele Halbwahrheiten dabei. Und das Weglassen, das hat mich dann stutzig gemacht. Und so habe ich einfach angefangen, alle diese Bücher zu lesen. Herr Schander, ich habe mich damals in dem Alter auch angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich habe also auch als junger Mann schon Bücher gelesen von Elisabeth Kübler-Ross, Arthur Moody. So Nahtod-Forschungen hat mich interessiert. Oder vielleicht auch die Frage einfach, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und vielleicht ist es ja ein Alter, wenn man anfängt, das Kind hinter sich zu lassen, dass man sich diese großen Fragen stellt im Leben. So ist es. Man kommt dahinter, dass es irgendein geniales Konstrukt hinter all dem geben muss. Das kann kein Zufall sein. Und natürlich lernen wir, es gibt einen Gott, Schöpfergott und so weiter. Aber ich habe danach festgestellt, die Weglassungen sind eigentlich das, was mich interessiert hat. Und da kommt man auf Reinkarnation, Parapsychologie und so weiter. Also der Bauplan des Universums hat mich interessiert. Und auch mit 19, habe ich in den letzten Videos erzählt, bin ich dann auf das Geldthema gestossen. Und damit ist jetzt eigentlich diese Thematik immer bei mir parallel gelaufen. Und ich konnte gar nicht anders, als diese Geldtheorie, die ich mit Humanwirtschaft, Sie kennen ja mein Buch hier, die Humanwirtschaft, die konnte ich gar nicht anders, als auf geistiger Grundlage entwickeln. Also alle meine Gedanken, die gingen immer dahin, wie wird das im Universum gesehen, kosmisch gesehen? Das Universum ist ja zeitlos. Also brauche ich doch eine zeitlose Geldtheorie. Also dieser Stress, du musst morgen bezahlen, sonst bist du kein guter Mensch. Das fand ich immer so total daneben. Und ich hatte ja das Glück, als Kind in einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen. Da war Geld nie ein Thema. Also den Stress kannten wir gar nicht in unserer Umgebung. Und eben diese erste Reaktion jetzt auf das neue Video vom letzten Mal, also geistige Grundlage des Geldes, die war so phänomenal, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich auch noch die Kernaussage dazu veröffentlichen. Und darum sind wir heute hier. Einen kleinen Hinweis noch für unsere Zuschauer. Sie haben sich also bewusst dazu entschieden, dass unter dieses Video keine Zuschauerkommentare kommen sollten. Können Sie das vielleicht mit ein paar Worten nochmal erklären? Weil viele finden das natürlich dann seltsam. Aber was war Ihre Erfahrung mit anderen Modellen, mit anderen Kommentaren? Wieso wollen Sie nicht, dass da kommentiert wird? Nachher in der ersten Folie werde ich das plakativ nochmal schreiben. Ich suche Mitstreiter. Und wenn man die geistigen Gesetze kennt, dann weiss man, bevor man diesen Planeten betritt, bevor man sich ein Ticket für diese Inkarnation bestellt, spricht man sich mit vielen Geistern ab. Und sagt, du, wir haben den Auftrag, da unten das Geldsystem in Ordnung zu bringen. Und die Materie auf diesem Planeten hat natürlich die Funktion, uns das alles vergessen zu lassen. Wir kommen ja hier auf den Planeten mit einem vergessenen Bewusstsein. Und viele, die ich suche und ansprechen möchte mit unseren Videos, die werden von Kommentaren abgehalten, weiter diese Videos zu schauen. Oder jetzt zum Beispiel dieses zweite Video, weil im ersten stand so komisches Zeug über den Herrn Klausner. Oder man wollte ihm Ratschläge erteilen, die er jetzt komischerweise nicht annimmt. Ich bin mit meiner Theorie fertig. Ich habe 20 Jahre lang alles geprüft, was es an Ergänzungsmöglichkeiten gibt. Und die habe ich gefunden. Und das haben an meinen Tausenden von Vorträgen viele Leute mir auch Hinweise gegeben. Das musst du einbauen. Für mich gibt es heute nichts mehr, das ich aus den Kommentaren nehmen könnte. Und darum möchte ich keine Kommentare, dass es nicht die Leute, die jetzt das Video toll finden, plötzlich durch einen Kommentar auf der siebenten Zeile unten sich wieder davon abschrecken lassen. Also Sie meinen, es könnte sein, dass wenn jemand das Video noch nicht gesehen hat, schaut er sich zuerst mal die Kommentare an und liest dann den ein oder anderen blöden Kommentar und denkt sich, da verschwende ich nicht meine Zeit dafür und schaut es vielleicht gar nicht an. Genau so ist es. Ich will die Suchenden nicht vom Finden der Lösung abhalten. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Alles klar. Und wenn man noch ein bisschen Kristallwasser dazu trinkt, dann weiß man auch, dass man das jetzt anschauen sollte, was wir heute als Teil 2 machen. Bevor Sie richtig einsteigen ins Thema, noch eine allgemeine Frage. Haben Sie das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft, vor allem auch in der Wirtschaft, in dem Finanzsystem, dass da insgesamt wenig Geist herrscht? Es ist eine Frage, da ich die Antwort eigentlich schon kenne. Also mir kommt es vor, wie wenn alles recht gottlos ist, in Anführungszeichen. Es ist nur dem schnöden Mammon gewidmet. Es geht nur um Gewinnmaximierung, Rendite. Wer macht mehr Geld, ist eigentlich derjenige, der an der Gesellschaft ganz oben steht. Haben Sie das Gefühl, dass man das irgendwie ändern könnte? Braucht es dann großen Bewusstseinswandel? Oder wird man das einfach gar nie loswerden können? Wir werden es los. Das ist jetzt genau der Inhalt von dem Video. Ich zeige auch, warum die Zeit noch nie besser war als jetzt. Da stehen uns alle Türen offen, den Wechsel vom materiellen Mammon zum spirituellen, entmaterialisierten Geld. Den Weg können wir jetzt gehen. Und warum ich dieses Video auch wichtig finde, ich habe durch diese Kontakte, die jetzt also wirklich hochkarätig sind, tolle Leute gefunden, die sagen, Herr Klausner, ihre Theorie phänomenal. Also auch Banker sagen mir das. Das kommt dann schon. Aber erstens, wir zwei erleben das nicht, weil die anderen haben alles noch im Griff. Und die anderen sind genau die, von denen Sie jetzt gerade reden. Die Materialisten, die Luciferianer, Sie sehen das nachher in meinem Titel. Die Hedgefondsmanager. Die Hedgefondsmanager, die Freimaurer. Wenn Sie die fragen, wie geht es jetzt da weiter, kommt jetzt ein grosser Crash, dann sagen die, wir sind im Plan. Bei uns läuft alles nach Plan. Das glauben die noch. Und ich werde denen heute offenbaren, dass sie schon lange nicht mehr im Plan sind. Die hätten nämlich ihre New World Order, NWO, mindestens 98 bis 2000 einführen sollen. Bei der Einführung des Euro war nämlich das schon geplant. Haben sie nicht geschafft, der grosse Crash, von dem wir alle reden und alle denken, der kommt jetzt nächstes Jahr, der kommt nie. Der kommt nicht, damit es eben den anderen nicht gelingt, über das Chaos uns eine Weltwährung aufzustülpen, die materialistisch ist, die goldgedeckt sein soll. Denen, ihre Pläne sind schon lange aus dem Ruder gelaufen und sie werden sie nicht mehr erreichen. Jetzt kommen wir. Darum bin ich hier. Das ist eine interessante These. Ich habe das schon ein paar Mal aufgeschnappt auch, dass der Plan, der, ich weiß, schwierig zu benennen, diese Kräfte im Hintergrund, andere sagen Dunkelkräfte oder die luziferischen Kräfte oder halt einfach dieses Weltfreimaurertum, was auch immer. Was ist der Hauptgrund, warum deren Plan bisher nicht aufgegangen ist oder dass die so im Verzug sind? Ist es der lichte Anteil, der hereingeschlagen hat schon oder ist es ein Bewusstsein, dass das jetzt schon erwachsen ist? Jetzt müssen wir mal meine Präsentationen anschauen, dann kriegen Sie die Antwort. Genau auf diese Frage habe ich dieses Video vorbereitet. Gut, mit dem geistig-spirituellen Hintergrund der Humanwirtschaft, jetzt Teil 2, wollten wir eigentlich einen Titel wählen, vom luziferischen Geld zum spirituellen Geldsystem. Also das wäre jetzt die Antwort auch, warum wir jetzt eine Chance haben gegen die Materialisten, sprich Freimaurer, die ich jetzt nachher noch in Bildern zeigen werde, was ich darunter verstehe, dass die also seit spätestens 2000 keine Chance mehr haben, ihr Weltbeherrschersystem der Materie, des materiellen Geldes wohlgesagt, noch zu implementieren, noch umzusetzen, obwohl, und jetzt kommt es ja, ich habe ja auch so einen Familienmitglied gehabt, die sind immer noch in Alarmbereitschaft sozusagen, wie der Zweite Weltkrieg ist noch nicht zu Ende, da ist noch eine ganze Armee von sechs Millionen in Position, verdienen noch Geld, sind immer noch auf ihrer Schiene, haben immer noch die alten Befehle im Kopf, ja, und die zweite, dritte Etage lässt sie auch machen, weil die wüssten sonst gar nicht, was machen wir jetzt mit den Leuten. Die halten alle noch ihre Position, nur wegen ihrem monatlichen Einkommen, verstehen Sie? Obwohl ihr Chef den Job gegründigt hat, also der Chef, den wir jetzt hier sehen werden, der hat also seine Position geändert, ja, eben, wir suchen, jetzt das noch schnell vorweg, nicht, dass die Leute am Schluss, wenn diese Folie kommt, eben den Schluss nicht mehr sehen, um was es geht. Es geht mir um das Aktivieren von meinen Mitarbeitern, ja, die sich inkarniert haben, diesen Job, den Planeten vom luziferischen Geldsystem auf das spirituelle Geldsystem umzustellen. Konkret, Sie suchen Mitstreiter für Ihre Sache. Ja, ich kann das nicht alleine, ich kann zwar die Software machen, ich kann die Bücher alleine schreiben, aber dann hört es schon auf, ja, ich kann auch die Videos mit Ihnen machen. Ja, aber Sie müssen die Leute ja irgendwie erreichen. So, ich brauche zum Beispiel, ich habe gesagt, Geld ist ein Politikum, ja, das muss man klar sehen. Man kann Geld nicht auf der grünen Wiese im Sandkasten neu kreieren und den Politikern Vorschläge erteilen. Da lachen die, da sind eben die, die noch diese alten Positionen innehaben und sagen, wir haben einen anderen Plan. Wir wollen die One World Order und eine Weltwährung und eben Gold gedeckt, ja. Die lachen ja jeden aus, der mit so einem Vorschlag kommt. Also musst du ihnen das Heft aus der Hand nehmen können, ja. Ja, und das hat natürlich nur Sinn, wenn du weißt, sie sind machtlos, sie sind nicht mehr von ihrer geistigen Oberregierung geschützt und geführt. Und da können wir, und wir hätten uns ja gar nicht inkarniert, es gibt einen Partner von mir, der sagt immer an den Vorträgen, die er bei mir ab und zu ankündigt, ich gratuliere jedem, der noch ein Ticket für diese Inkarnation bekommen hat, weil es kann nie mehr so spannend werden auf diesem Planeten. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich hatte vor vielen Jahren eine sehr interessante Unterhaltung mit einem älteren Herren, einen Freund von mir, den habe ich mal auf einem Yoga-Lehrgang kennengelernt. Er lebt leider schon nicht mehr, er war damals schon in seinen 80ern und er war sehr vereinfühlig und hatte auch Kontakte auf die anderen Ebenen. Und er hat gesagt, also, die stehen Schlange auf der anderen Seite, um sich jetzt in diesem Feld der Materie neu zu finden, weil es offensichtlich eine Konstellation ist, die im ganzen Schöpferplan recht einzigartig ist, wenn man in dieser Materie jetzt mit diesen verschiedenen Möglichkeiten im Dunklen wie im Lichten mitwirken kann. Und beide Seiten inkarnieren hier fleißig, also beide, nicht Seiten, beide Aspekte der Schöpfung. Und wenn man das jetzt mal vom großen Kontext aus sieht, dass alles, was geschieht, Teil eines größeren kosmischen Plans ist, das ist für viele schwer nachzuvollziehen, das weiß ich, vor allem, wenn man an Unfälle denkt und Kriege und Leid und Elend auf der Welt, aber alles scheint einem großen Plan nachzugehen. Das ist meine Denke, glaube ich, und das teilen viele, das sehe ich auch. Also spannende Zeit in einem Satz, das ist eine super spannende Zeit, hier zu sein und es passiert gerade genau das Wichtigste. Ich habe ja mehrere Medien, die haben mir auch gesagt, ja, mit dem hast du dich auch, bevor du inkarniert hast, abgesprochen, dass ihr euch über den Weg lebt und dann gemeinsam den Weg weiter bestreitet. Und das sind eigentlich 800.000 Lichtwesen, die dieses Billett gezogen haben und gesagt haben, wir unterstützen das neue humane Geldsystem, dass das weltweit eingeführt werden kann. Das ist eben die entmaterialisierte Geldtheorie, die dann eben nur noch Buchhaltung bedeutet. Da gehe ich heute nicht mehr genau drauf ein, aber die anderen Videos haben wir darüber gemacht. Und ich bin froh, wenn wir von den 800.000 mindestens 300.000 aktivieren können, dann haben wir locker die Schweiz in vier Jahren politisch unter unserer Kontrolle. Weil die sitzen alle schon in den entscheidenden Stellen. Ich habe das letzte Mal gesagt, Freunde von mir sind in der Regierung, mein Anwalt ist in der Regierung. Es sind überall schon, die müssen nur noch ein bisschen mehr Kristallwasser trinken, damit sie wieder klar im Kopf werden. Wissen Sie, Rothschild und seine Brüder haben natürlich gewusst, dass dieses Erwachen im Zeitplan Gottes ist. Die wissen auch, dass sie irgendwann verloren haben. Und darum war für sie jetzt schnell, schnell, also bis ins Jahre 2000 Euro einführen, und sie haben es nicht geschafft. Den grossen Crash haben sie x-mal provoziert und er ist nicht stattgefunden. Er hat nicht stattgefunden. So, unsere Lichtwesen können jetzt, die sind natürlich auch in die Materie eingetaucht und total vernebelt. Ich sage immer, wir laufen rum wie Besoffene, oder? Die haben so viel Gifte in die Nahrung, in die Kosmetik. Wir duschen schon mit Gift, ja, im Wasser, im Trinkwasser, überall. Handys. Handy. Die wollen nicht, dass wir aufwachen. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir werden aufwachen. Und ich suche diese 300.000 Leute mindestens. Wir stellen überall entsprechende Wohngemeinschaften auf, ja, in grossen Hotels, die eben zu klein sind für die Grosskonzerne und zu klein, um nur als Hotel betrieben zu werden. Also als Wohngemeinschaft mit einer Strategie, die heisst, in vier Jahren in der Schweiz an den Wahlen teilzunehmen. Dafür braucht man, wie ich immer sage, meine 30 Millionen, die wir auch sehr schnell finden werden, so dass wir uns das leisten können. Und jetzt brauche ich nur noch die Koryphäen, die da schon das Gefühl haben, da habe ich mich doch eigentlich im Kern meiner unterbewussten Seele eigentlich schon vorverpflichtet. Also endlich komme ich endlich dahin, wo, ich sage jetzt mal, die obersten Strukturen schon geschaffen wurden. Also Sie suchen Menschen, die sich in solchen Strukturen, wie man sowas aufbauen kann, auskennen. Richtig. In ihrem eigenen Umfeld aber unglücklich sind, weil sie ja eigentlich dem Kapitalismus dienen und da jetzt eine Gelegenheit sehen, ihre eigenen Aufgaben, ihre eigenen Intentionen und an der Anlage eben was Neues zu machen. Zwei habe ich schon in meiner Organisation, die waren Parteisekretäre einer großen Partei. Ist doch ideal, solche Leute brauchen wir. Oder die waren schon politisch aktiv irgendwo oder Richter waren sie schon oder sonst juristisch irgendwo in Gremien drin. Also einen Russlanddeutschen habe ich, der sagt auch, der ist Jurist oder, habe ich Ihnen schon mal erzählt, der sagt, ich will nur noch bei dir dabei sein. Das ist die einzige sinnvolle Aufgabe, die ich mir als Jurist noch vorstellen kann. Und eben wie ich vorher gesagt habe, damit diese Leute nicht demotiviert sind und sagen, wir haben eh keine Chance, die anderen haben das Heft noch voll im Griff, möchte ich jetzt eben diese Zeitqualität mal kurz kosmisch aufzeigen. Also sprich in der Situation, in der wir uns heute befinden. Richtig. Ich habe ja im letzten Video gesagt, wir sind seit 1998 an dem weitest entfernten Punkt von Gott aus der Schöpfung, nämlich von der siebten Dimension, wo wir alle eins waren. Hier rechts steht das. Und wir haben 1998, wenn man nämlich das numerologisch sieht, und an diesem Datum 21.11.1998 habe ich mit 60 Leuten manifestiert, wir beschreiten und öffnen den Weg ins goldene Zeitalter. Nicht in die Versteinerung. Das war der Plan der luziferischen Kräfte. Die wissen, dass sie Menschen nicht töten können, die Seele kann man nicht töten, aber man kann sie geistig so versteinern, dass sie den Rückweg zu Gott nicht mehr finden. Das war der Schöpfungstag 1, kann man fast sagen. Als Gott Luzifer und Christus geschaffen hat, den Herrn der Materie, Luzifer, den Herrn der Lüge, darum sagt man ja auch, Erich von Deine hat ein schönes Buch geschrieben, Tommy und der Planet der Lüge, eben der Planet der Lüge, und er hat es nachgewiesen, jeder Politiker beginnt, nicht jeder, Entschuldigung, viele Politiker beginnen ihre ersten Phrasen mit einer Lüge. Die Systemlügen. Und er hat auch gesagt, die Systemlügen, das ist das Machtgefüge der Mächtigen. Das sind alles Systemlügen. Sie kennen ja viele und haben auch viele schon aufgedeckt. Diese alternativen Medien wollen ja diese Systemlügen auftecken, ist ja wunderbar. Man muss wissen, wo man verarscht wurde, und nur dann kann man die Wahrheit auch entsprechend wieder aufdecken. Ich habe nur eine Frage, Sie haben gerade gesagt, Sie mit 60 Leuten haben da manifestiert, Sie sagen jetzt aber nicht, dass das ganze Rückkehr ins Licht auf Ihre Initiative ausgeht, sondern Sie haben mit dazu beigetragen. Natürlich. Man könnte das nämlich ein bisschen reinhören, ah, der hält sich jetzt da für den Schöpfer des neuen Lichts oder so. Nur, dass wir das richtig klären. Also Sie sind einer von vielen, die das erkannt haben, und das geht jetzt mehr in diese Richtung, oder zurück in die richtige Richtung. Danke für die Klarstellung. Ich meine, dass ich sehe mich in der Funktion des Geldsystems neu gestalten. Ja, okay. Aber es gibt tausende von inkarnierten hohen Lichtwesen, die in einem anderen Bereich auch wussten, ab jetzt haben wir die Chance, es umzusetzen. Aber es ist immer hilfreich, wenn einer das materielle Geld schon so, ich würde sagen, entschärft, dass die anderen nicht ausgehungert werden können. Verstehen Sie, wenn Sie den anderen hohen Wesen, die auch ein neues System, Schulsystem, Energiesystem im Petto haben und damit das goldene Zeitalter manifestieren sollen, das denen ihr auftragt, nicht meiner. Ich mache nicht alles alleine, verstehen Sie. Ich mache einen Bereich von vielleicht 100, aber vielleicht einen entscheidenden. So, und wir haben es verhindern können, also man muss das immer bewusst manifestieren. Also was manifestieren ist, lernt man in der Parapsychologie. Ich kann das sehr gut, ja. Und das war mir bewusst, du musst es bewusst mit mehreren Menschen manifestieren, meditativ auch, ja. Und das haben wir gemacht an diesem Datum. So, und was ist dann passiert? Oder was kann jetzt daraus werden? Also das wusste ich schon, was ich jetzt hier erzähle, von einem Mitglied meiner Organisation, der war 1996 schon bei mir dabei, ist jetzt auch verstorben, hat auch den schönen Namen Schweizer gehabt, also Hans besser gesagt, und er hat mir erzählt, er war also 30, 40 Jahre in Amerika und sie hätten Lucifer zurück ins Licht geholt. Was heisst das? Er hat mir das erzählt, Lucifer, das wusste ich auch nicht, hat alle 2000 Jahre eine Amnestie zugute, wieder zurückzukehren. Also als Gott die Welt schuf und Lucifer für die Materie und Christus für den Geist, da wurde Lucifer eifersüchtiger auf Christus und hat gesagt, ich verderbe dir, lieber Vater, den Plan, dass du deine Seelen, die du jetzt rausschickst in die Welt von der siebten, sechsten, fünften, vierten Dimension, in der dritten Dimension lasse ich sie in der Versteinerung blockieren. Das war die Idee oder der Plan, der luziferische materielle Plan. Und dann hat man ihm natürlich alle 2000 Jahre gesagt, komm, hör auf mit dem blöden Plan, du hast keine Chance gegen Gott, wer will gegen Gott gewinnen? Ja, ich versuche es mal. Ich habe Rache. Und kurz als eben 96, 98 diese letzte Chance für ihn gewesen wäre, die er dann eben vorher eliminiert hat, indem er gesagt hat, du hast eigentlich recht, Gott. Ich gehe zurück ins Licht und vergesse meinen Plan und lasse meine Mannschaft unten ohne Führung. Also in dieser Meditation haben eine Woche lang etwa zwölf Mitglieder, hat er mir erzählt, der IAM-Bewegung in Amerika haben luzifer gebeten, diese Amnestie anzunehmen und nach langem, zähem Kampf hat sich luzifer dem Licht ergeben und ist ins Reich Gottes zurückgekehrt. Das ist authentisch. Genauso hat er es mir geschildert und hat mir gesagt, und wir haben alles auf Tonband aufgezeichnet. Darüber gibt es also stundenlange Tonbänder, Kampf mit luzifer, ihn zu bitten, er möchte seinen Plan, die Welt in der Materie abstürzen zu lassen, in die Versteinerung, damit die Seelen den Rückweg zu Gott nicht mehr finden könnten. Vergiss den Plan, du hast eh keine Chance. Und das hat er eingesehen. Sie verstehen, dass das ein bisschen bizarr klingt, wenn man so über luzifer spricht und sowas. Also ich bin kein religiöser Mensch in dem Sinn, dass ich durch die katholische Kirche noch beeinflusst werde, obwohl ich so erzogen worden bin. Ich bin sehr spirituell, ich bin geistigen Konzepten sehr aufgeschlossen, aber trotzdem, wenn ich so etwas höre, klingt es im ersten Moment erst mal so, wow, 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 was ist das jetzt für eine Nummer? Ja, also Sie verstehen, was ich meine. Das wird vielen Zuschauern auch so gehen. Sie scheint das ganz alltäglich zu sein mit 40 Jahren Studium der Parapsychologie und allen Phänomenen, die es da gibt. Also sprich, es gibt einen Schöpferplan, ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen, um das auch selber greifen zu können. Die oberste Schöpfungsinstanz, wie man sie auch immer bezeichnen will, hat einen Plan, in der Materie, Licht dunkel zu manifestieren, um daraufhin eben selbst einen Schritt weiter zu kommen. Ja, es gibt nämlich, muss ich kurz erklären, oder erzählen, es gibt ein tolles Buch, die Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh, kennen Sie bestimmt auch. Der Mann, der irgendwann mal plötzlich Stimme gehört hat und hat aufgeschrieben, was Gott ihm diktiert hat. Das gibt es als Kinderbuch. Die kleine Seele spricht mit Gott. Ich habe das als Hörbuch, das habe ich schon oft angehört und es fängt irgendwie so an, so nach dem Motto, ich bin das Licht, sagte die kleine Seele. Darauf spricht Gott so, bist du das? Woher weißt du das denn? Ja, ich bin Licht und überhaupt. Und dann erklärt Gott der kleinen Seele, dass es nur dann sich selbst als Licht erkennen kann, wenn es auch Schatten gibt. Wenn nur da, wo Schatten ist, kann auch Licht sein und andersrum. Also sprich, die Dunkelheit muss existieren, damit das Licht sich selbst als Licht überhaupt erkennen kann. Und weil ich weiß, dass viele Menschen durch den Begriff Lucifer einfach so indoktriniert worden sind, durch Hollywood, durch die Medien, durch die Politik, durch die ganze Bildung, die wir so haben. Das ist ein Sinnbild für die geistigen Konzepte, die es gibt. Und so kann ich es vielleicht auch ein bisschen eher greifen, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, mit so etwas zu sprechen, weil wir reden über das ganz große Thema. Herr Stein, ich sage allen, mit denen ich gerne diskutiere, wenn du nicht den geistigen Hintergrund von allem, was auf diesem Planeten geschieht, den zu erforschen versuchst, also wenn du nicht hinter die Kulisse schauen willst, es steckt über allen materiellen Konzepten ein geistiges Konzept. Es kann gar nicht anders sein. Geist regiert die Materie. Also versuche doch mal zuerst das geistige Konzept hinter dem, was du hier materiell wahrnimmst, zu ergründen, zu verstehen, die Logik, und zwar den Anfang vom Plan und zum Ziel. Erst dann kannst du die Welt verstehen. Und das hat mich immer interessiert. Also ich wollte nicht nur so einen kleinen Ausschnitt von der Welt erfahren, sondern den Anfang und den Schluss. Die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite. Dann kommt man an dem nicht vorbei. Ich weiß, dass das Thema halt einfach für viele Leute überhaupt nicht greifbar ist und viele Leute haben spätestens jetzt schon abgeschaltet. Macht nichts. Aber die wollen wir ja nicht erreichen. Macht nichts. Wir brauchen ja die Lichterbeite. Die 300.000, die sich dazu inkarniert haben, dass die wissen, wir haben alle freie Bahn, wir haben keine Konkurrenz mehr, diese Zeiten sind vorbei. Sie sehen, ich habe ja geschrieben, die Führer sind ohne, also der Anhang der Freimaurerei ist ohne Führung. Sie wissen, wie die Führung sich immer artikuliert mit diesen Symbolen. Das Pentagramm auf dem Kopf ist ihr Symbol. Luzifer in der Mitte zeigt es schön mit diesen zwei Symbolen und wir wissen auch, ich habe alle Bücher gelesen, wie die Freimaurerei versuchte, den Vatikan zu unterwandern. Das hat sie natürlich längst geschafft. Die, die dort jetzt Papst werden, die gehören eben auch in die luziferische Liga, aber sie sind, und wenn ich diese Gesichter anschaue, sagen sie immer, wo ist unser Chef? Was müssen wir tun? Wie geht es weiter? Sie sind ratlos. Und das ist es. Also, wir haben die Chance und der Plan heisst, die Versteinerung findet nicht statt, wir gehen zurück in die geistige Welt, in das goldene Zeitalter. Das ist ja was die Esoterik mit, es kommt jetzt ein Aufstieg in die fünfte Dimension. Und das ist richtig, wenn man am weitesten Punkt mal den überschritten hat, geht es relativ schnell. Der Abstieg ist langsam und der Aufstieg ist natürlich schneller. Aber es geht nicht, bingo, wir sind nicht Magen in der fünften Dimension. So, also das sind so diese Symbole, die eigentlich für mich wichtig sind, dass das meine Umgebung weiss, die machen mir keine Angst und die haben nichts mehr im Griff. Ja, die haben gar nichts mehr im Griff. Die haben noch keine Strategie, die haben keinen Plan. Also, die Platzhalter der Pläne, die sie noch haben, die werden in Lohn und Brot gehalten. Und ich habe das Letzte mit jemandem diskutiert, na, warum trinken wir Kristallwasser, dass wir halt noch 120 Jahre alt werden und die anderen, die sterben mit 75. Also, wir müssen ein bisschen warten, bis die alle ausgestorben sind, die Platzhalter, bis sie ihren Job freigeben und da sind wir da. Also, ein bisschen Zeit und Geduld müssen wir schon noch üben. Und wir lassen sie ja an ihren Stellen, wir geben ihnen vollen Lohn. Wenn es einer sagt, du, ich habe eigentlich kapiert, dass ich am falschen Ort bin, aber wie regle ich mein Einkommen? Dann sage ich, bei uns in der Humanwirtschaft kannst du bei vollem Lohn in Rente gehen, auch wenn du erst 50 bist oder zum Golf spielen. Wir wollen die nicht in ihrer Grundlage und in ihrer Existenz in die Wüste schicken. Das ist nicht unser Ziel. Im sogenannten goldenen Zeitalter hat es genug für alle. Und es ist so, wenn man Geldsystem versteht und meine Grundthese war ja immer, wir leben im Überfluss, seit 1992 haben wir Marktsättigung und dann muss man doch dahinter kommen. Alle reden heute von Krise. Dann kann doch es nur am Geldsystem liegen, weil theoretisch haben wir von allem zu viel. Nahrung, Kleidung, Wohnung, leer stehende Häuser. Es funktioniert nur die Verteilung nicht richtig. Und das ist mit der Materie, und das bringe ich nachher auf den Punkt auch, ist es einfach schlecht zu regeln, die Verteilung, die gerechte Verteilung. Also müssen wir das Geldsystem ändern. Dann funktioniert die gerechte Verteilung. Und wir sind eben gemeint, dass wir Menschen sind, die schon seit langer Zeit in der Schweiz leben. Das habe ich auch von diesem Herrn Hans Schweitzer. Der hat mir seinen Nachlass gegeben. Also 1946 hat er seine Visionen gehabt und hat geschrieben, von der Schweiz wird einst das große Licht ausgehen, durch das alle Völker gesunden werden. Sie ist der Hort des Friedens und der Menschlichkeit, die jetzige Heimstatt Gottes auf Erden, in der gewaltigen, Alpenwelt, in der gewaltigen Schweizer Alpenwelt, vornehmlich in der großen, nach dem Kernland Europas, damit ist Deutschland gemeint natürlich, gerichteten Lichtregion, der Gletscherwelt des Berner Oberlandes, ist der geistige Fokus. Ich habe das ein bisschen abgeändert, der geistige Fokus. Er hat ein anderes Wort genommen, aber das möchte ich jetzt nicht sagen. Wenn Sie schauen, das ist Eiger, Mönch und Jungfrau. Die Jungfrau hat zweimal im Jahr dieses Schweizer Kreuz als Schatten. Das ist so ein eigenartiges Phänomen. Die Freimaurer haben dieses Gebirge auch okkupiert. Da oben heißt eine Station die Sphinx. Dreimal können Sie raten, warum das Sphinx heißt. Okay. Also denen ist es auch bewusst, dass da etwas ist. Die wussten, dass das der geistige Fokus ist, den wollen wir natürlich zuerst mal besetzen. Und das ist noch ein schöner Satz. Heute ist die Schweiz, was das Zusammenleben der Völker anbelangt, das Muster des kommenden Europas. Und dafür muss man eben eine neue Geldtheorie haben. Was ist das Besondere an dem Schweizer Modell? Eine helvetisch-germanische Mehrheit. Die Germanen stehen, das Geher heißt ja der Speer der Wahrheit. Die Germanen sind das wahre, organisierende Volk für Gerechtigkeit. Der Germanen steht für Gerechtigkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Und da von denen wollen sich die anderen gerne führen lassen. Also das heisst, eine Staatsorganisation unter germanischer Führung, da leben alle, die französisch, italienisch und rhetoromanisch noch bei uns, die leben alle in glücklicher Zufriedenheit. Ja, das weiss man. Es gibt ja schöne Witze darüber, die möchte ich jetzt nicht erzählen, aber man sagt, wenn die Italiener die Banker wären, da wäre schon wieder alles durcheinander. Oder man sagt, es ist besser, die Italiener sind die Liebe. Aber das habe ich noch gemerkt, weil ich habe lange in Italien gelebt. Also wenn man die Völker kennt, dann hat jede Nation eine Eigenart. Man sagt doch immer, die Franzosen fürs Essen, die Italiener für die Liebe, die Schweizer, die Deutschen fürs Geld. Oder die Germanen fürs Geld. Es gibt sieben Prädikate für diese Eigenschaften. Und die muss man lassen, die muss man pflegen, die muss man hüten. Aber wie die deutsche DIN-Norm, sage ich, Geld ist eine Sache, die muss normiert werden. Dass alle wissen, dass sie für einen Euro in jedem Land einen Kaffee bekommen. Nicht, dass sie sagen, ach, in Italien kriege ich für einen Euro fünf Kaffees, in Deutschland noch einen halben. Also gehe ich meinen Kaffee in Italien, trinke und fliege ich schnell billig. Das sind unsinnige Sachen. Die bringen Menschen zu Handlungen, die Schwachsinn sind. Und mit dem muss aufgehört werden. Eben, noch kurz mit dem Geldsystem eine Folie, die habe ich im letzten Video schon gezeigt. Wenn man ein Geldsystem neu beginnt, muss man ein Kreditsystem haben. Wir können nicht das Alte nehmen und sagen, jetzt kommen alle Millionäre, die Franken und Dollars und Euros haben, die legen ihr Geld auf den Tisch und dann verteilen wir es neu. Da fällt uns immer noch ein Haufen Geld. Und dann sind immer noch die, die die Investitionen machen mit dem jetzigen physischen Geld, die, die das Sagen haben. Das wollen wir nicht. Eine neue geistige Geldtheorie muss ein geistig-göttliches Kreditsystem haben. Und schauen Sie, Kredit kommt ja von Kredere. Was ist Kredere? Das ist das, was in der Familie man hat, Vertrauen. Glauben und Vertrauen. Das heisst, Humanwirtschaft hat ein Kreditsystem, das auf der Familie als Vorbild aufbaut. Darum die Familie ist das Vorbild der Humanwirtschaft. Und dann kommen weitere Aspekte dazu, eben weil ich ja von Reinkarnation jetzt reden werde nachher. Man muss Zeitlosigkeit in ein Geldsystem einbauen können. In dem Wissen, dass jeder zum Ausgleich seines Kontos strebt, egal wie viel Zeit er dafür braucht. Jeder beginnt bei der Geburt mit Null. Die linke Seite, das sind fünf Lebensleistungskurven. Bis 20 Jahre macht der Durchschnittsmensch nur Schulden. Wo? Bei der Familie. Und was ist die Familie? Seine Freunde. Seine Erzieher, seine Schüler, also Lehrer besser gesagt, die lieben ihn. Ich habe jetzt eher Mutter-Vater gemeint. Bitte? Ich habe jetzt Mutter-Vater gemeint. Ja, natürlich. Der Vater liebt dich, die Mutter liebt dich, die versorgen dich. Wenn wir in Zukunft mit dem Rothschild-Bankensystem Kinder erzeugen und wir müssen den ersten Lebenskredit bei der Bank haben, dann wird es aber ziemlich heiss werden, oder? Könnte schlecht funktionieren, weil Geld lebt ja von Schulden und Schulden machen bei einer Bank ist sehr, sehr gefährlich. Also alle, die mir immer sagen, hör auf mit deinem Wort, meine Theorie nenne ich ja Kreditismus, das Mittelding zwischen Kapitalismus und Kommunismus, auf Kreder. Ich habe lange überlegt, was ist eigentlich die richtige Bezeichnung von Humanwirtschaft, wenn man die Systeme mit dem Ismus immer so vor Augen hat. Ja, wo bist du im Kapitalismus oder Kommunismus oder politisch bist du jetzt links oder rechts? Nein, wir sind eine allumfassende, auf die Familie sich beziehende Gemeinschaft, die auf Vertrauen und Glauben basiert, damit wir ein neues Kreditsystem haben können. Und Kreditismus in Ableitung von Vertrauen, Glauben als Geldsystem. Ganz genau. Und jetzt die Reinkarnation noch dazu, das sind immer so meine Schlussfolien gewesen in meinen Vorträgen, da kommen die Leute und sagen, ja, Blankokredit, das sehen Sie nachher, das nützt doch jeder aus. Ich sage, nein, wenn es einer außen ist, wie jetzt hier der Rote, der kommt als behindertes Kind auf der Welt, dann war der sehr wahrscheinlich vorher schon mal der mit der grünen Kurve. Oder wenn das jetzt nicht ist, dann kann der mit dem roten Saldo im Minus, der ist wichtig, damit der andere die grünen, positiven Salden auf dem Konto an kann. Jeder bedingt den anderen. Und wenn man das als tausendjährige Lebensleistungskurve nimmt und die übereinander schiebt, dann sehen Sie ja, die Summe aller ist null. Das ist jetzt für jemanden, der das zum ersten Mal hört, schwierig. Ich habe sie schon oft gehört, ich muss sie kurz ein bisschen runterbrechen. Also sprich, vorausgesetzt, wir kommen auch gleich noch mal drauf, Reinkarnation ist real. Das heißt, wir kommen nicht nur einmal hierher, sondern wir kommen hierher und wir haben es ganz profan vergleichen mit einem Auto. Wir sind Fahrer und kommen mit verschiedenen Autos hier unterwegs. Und einmal mit einem Fiat Bambino und einmal mit einem Rolls-Royce sozusagen. Und jeder hat die Gelegenheit, in seiner Entwicklung als Seele mehrfach hier zu inkarnieren, um eben einmal die Erfahrung zu machen als schwerbehinderter Mensch, als reicher Millionär, als Tagelöhner, als Mutter, als Vater, als Opfer, als Täter, als alles, was es das Leben so gibt. Und diese Linien sind mehr oder weniger dann verschiedene Aspekte des Lebens, die aber im humanen Wirtschaftssystem aufgegriffen werden. Das heißt, egal, für welches Prinzip wir uns entscheiden, es funktioniert. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Wir haben sieben Sendungen gemacht. Da wird das eher, ich will jetzt nicht jedem sagen, er muss sofort sieben Sendungen anschauen, aber in Ihrem System werden alle verschiedene Aspekte des Lebens abgebildet, mehr oder weniger. Habe ich das so verstanden? Wichtig ist, wenn wir alles auf kurze Zeiträume, wie der Spruch, ich bin doch nicht blöd, ich will von Ihnen sofort Geld haben, sonst kriegen Sie mein Buch nicht. Ware gegen Geld. Das bedingt eine extrem große Geldmenge und lässt den sogenannten Geldanbietern die absolute Macht. Die können dann durch Geldblockade uns mit diesem Verhalten, wir brauchen sofort immer schnell Geld, dann sind wir eigentlich immer diesen ausgeliefert. Wenn wir sagen, wir schreiben auf, ein Leben, zwei Leben, drei Leben, der liebe Gott schreibt ja auch auf, das Karma Buch kennen wir ja. Wir lernen ja in der Reinkarnation, dass es Karma gibt. Das Karma Konto. Das Karma Konto. Und ich sage, Humanwirtschaft macht nichts anderes, als das Karma Konto, hier mal im Computer schnell ein bisschen nachbauen. Wir versuchen das nachzubauen. Aber wir müssen genauso die Zeitlosigkeit einbauen, wie im Karma Buch. Sonst haben wir keine Chance, ein neues Geldsystem zu beginnen. Ich kann Ihnen eines sagen, alle, die mit Kryptowährungen rummachen und Geld als Materie sehen, die drehen sich an Ort im alten System. Das ist keine Lösung für die Zukunft. Erst wenn jemand kommt, wie Humanwirtschaft, also der auch sagt, Entmaterialisierung des Geldes. Geld ist kein Produkt mehr wie jedes andere. Man redet ja immer, ja Geld ist ein Produkt wie jedes andere und der Zins ist der Preis dafür. Schwachsinn. Es gibt tausende von Büchern, die sowas als das Gelbe vom Ei proklamieren. Da kann ich nur den Kopf schütteln und sagen, ihr müsst mal ein bisschen Spiritismus lernen und Zeitlosigkeit einbauen. Das sind Sie jetzt der Machthebel der Herrschenden. Natürlich. Aber denen, ihre Zeit ist rum. Das sind Auslaufmodelle. Also, das ist die Zukunft. Das müssen die nur noch verstehen lernen. Ja, sie werden das schon lernen müssen noch. Und jetzt schauen Sie, wenn man Reinkarnation, ich habe ja mal von Edgar Cayce das Buch mitgenommen. Wer war Edgar Cayce? War das nicht ein Seher oder Prophet? Einer der größten Hellseher-Medien. Er hat zweieinhalbtausend Menschen in Reinkarnationstherapien ihr altes Leben erzählen lassen. Konnte er nicht in der Akasha-Chronik lesen? Konnte er auch. Und hat aus Ägypten, von Ägypten erzählt, von Dingen, wo man noch gar nicht wusste. Ich hatte Edgar Cayce vor 20 Jahren mal auf dem Schirm, das ist schon wieder so weit weg. Aber einer der ganz großen, nicht geistigen Führer, ist das falsch, sondern der kam mit einem Talent auf diese Welt, um eben andere Leben und andere Aspekte des Lebens uns erklären zu können. So vielleicht erklärt er. Schauen Sie, ich habe das Glück, auch so eine Dame zu kennen. Und sie behauptet schon, im siebten Leben sind wir unterwegs. Ich hätte immer sie als kosmischen Schutz bei mir, weil ich immer so verrückte Projekte habe. Ich weiss ziemlich genau, was ich so in den letzten 3, 4, 5 Leben war. Also das letzte war so vor 360 Jahren. Kommen wir gleich. Aber nochmal schnell, wenn man Reinkarnation generell als logische Grundlage der Schöpfung, nämlich der Gnade Gottes, bezeichnet. Die Religionen haben einen Fehler gemacht. Ich habe mich immer geärgert, in der katholischen Kirche, da hat der Pfarrer pausenlos und jeder Predigt immer noch von der Liebe geredet. Immer nur die Liebe, die Liebe, die Liebe. Und du darfst nicht böse sein, alle lieben. Da sage ich, wann erzählt er mir endlich mal, dass ich einen göttlichen Plan habe, dass ich mehrmals hier auf die Welt kommen kann, dass der Tod die Gnade Gottes ist, dass wenn ich mich verirre, dass er sagt, komm, jetzt ist fertig, jetzt fährst du an einen Baum, bestellst den Sarg und dann machen wir ein bisschen Pause und dann darfst du dann wieder weitermachen. Aber dann auf der richtigen Schiene und nicht auf der falschen. Das ist die Gnade. Das verschweigt die katholische Kirche. Das nenne ich die Weglassungen, die zu Halbwahrheiten und Lügen führen. Ich meine, die katholische Kirche hat ja auch mit dem Geschreckgespenst-Tod die Menschen kontrolliert für Jahrtausend. Ja, und immer jetzt. Dass man die Erkenntnisse, die auch Jesus gebracht hat mit der Wiederauferstehung, mit der Reinkarnation, dass man das alles unterdrückt hat, es gibt nur dieses eine Jetzt, es gibt kein Vorher, es gibt kein Nachher. Ich hatte mal ein Interview mit so einem Evolutionsbiologen, Hardcore-Evoluzzer, das war absolut der nicht-spirituellste Mensch, den ich je erlebt habe. Traurig eigentlich, verstehen Sie? Und das hat man uns weggenommen, um eben die Menschen in dieser Materie zu halten. Da kann man sich natürlich schön fügig machen. Im materiellen Geldsystem, sofort bezahlen. Nur so sind die in das Spiel gekommen. Darum haben sie die katholische Kirche von der Reinkarnation wegführen müssen. Darum mussten sie die Reformatoren, den Zwingli, den Calvin, damit man sofort das Zinsgeld einführen konnte, mit sofortiger Zeitabhängigkeit, du musst jetzt bezahlen, wenn du ein guter Mensch bist. Nicht erst im nächsten Leben. Das war absolute Strategie der luziferischen Kräfte. Verstehe Sie? Und wenn man aber Reinkarnation wieder akzeptiert... Also Moment, der Gedanke gerade, das heißt, wenn man hier karmische Schuld auf sich lädt, sind sich die Menschen gar nicht darüber bewusst, dass man dieses Konto ausgleichen muss. Natürlich. Wenn nicht jetzt dann bei der nächsten Inkarnation. Sagen Sie, die ganze jetzige Weltelite und Politik, wenn die wüsste, dass Reinkarnation kein Glaube, sondern ein kosmisches Grundgesetz ist der Natur... Würden Sie sich anders verhalten vielleicht? Keiner könnte mehr den Job so machen wie bis heute. Uns vergiften, uns verarschen, uns belügen. Alles gegen das kosmische Prinzip. Aber die sagen, ja, nach mir die Sintflut interessiert mich gar nicht. Ich lebe ja eh nur einmal. Würde ich gerne mal der jetzigen Bundesregierung vorstellen. Das hat man denen bewusst eingeimpft. Ihr braucht nur an das Jetzt denken. Es gibt nachher nichts mehr. Vergisst ihr das also hokus pokus, was der Klaus noch da erzählt. Oder was die Reinkarnation... Die halbe Menschheit glaubt ja an die Reinkarnation. Ich bin ja nicht der Erste, der davon redet. Und schauen Sie, und dann hört auch dieses nationalistische Gehabe auf, oder? Weil jeder weiß, dass er schon mal alles war. In meinem letzten Jahr war ich Franzose. Ja. Ja, wieso soll ich jetzt auf die irgendeine Aggression haben, in den deutsch-französischen Krieg einsteigen? Oder ich habe schon mal in der Wüste gelebt, als Araberfürst und so weiter. Also, ich gehe davon aus, jeder weiß ein bisschen was. Das kann man dann lesen auf den Beilagen, die wir dann... Wir machen ja wieder zum Video, mache ich die PowerPoint dann unten dran, weil ich nicht... Das heißt, jeder kann sich die ganze Präsentation im Einzelbild anschauen oder zum Video dazu anschauen. Ja, genau. Ganz genau. Also, die Grundlage der Reinkarnation eliminiert eben den Nationalismus, oder? Und führt eben die Zeitlosigkeit ein. Und das ist auch noch eine wichtige Information. Eben, der Materialismus ist eben das, was hier alles bis jetzt blockiert hat, die Menschen auf nur ein Leben fokussiert hat, damit sie überhaupt dieses Zinsgeld so lange uns da verkaufen konnten. Über jede Nation, das sollte dieses Bild mit der Erzengel Michaels darstellen, ist ein geistiger Fokus einer Aufgabe. Jedes Volk hat eine Aufgabe, eine kosmische Aufgabe, eben den göttlichen Plan oder den Weltenplan. Und der Weltenplan, Rudolf Steiner hat das wunderschön definiert, der kosmische Auftrag der slawisch-germanischen Völker ist, das Christusbewusstsein jetzt zu verankern. Und das können wir nur mit einem neuen Geldsystem, das nichts mit Materie und nichts mit Zeitverknüpfung zu tun hat. Sonst können wir diese ganze Bewusstseins-Träumerei, und es kommt ein Bewusstseinssprung, das können wir vergessen. Erst müssen wir mal dieses... Also steht ja genau, dann Gespräche mit Gott. Steht drin, schmeißt all euer Geldsystem weg und beginnt mit einem Warenabrechnungssystem, W-A-S, das heißt bei mir einfach W-E-G, Welteinheitsgeld. Aber er hat es genau richtig gesagt. Nur in diesem Satz. 90% der Bücher gehen über andere Themen, aber an dem Satz habe ich gesehen, er hat auch ans Geldsystem gedacht, der liebe Gott. Ich muss hier noch kurz den Gedanken einschieben. Es gibt viele Menschen, die, sobald sie das Wort germanisch hören, ihre eingeimpften Programme aktiviert sehen, sodass hier immer unterschwellig so ein Herrenrassen-Gedanke mitkommt. Das hat man uns ja in den letzten 70 Jahren eingehämmert, tagtäglich im... Sie wissen, was ich meine, ja. Das geht nicht darum, dass es hier eine Gesellschaftsgruppe gibt, dass es ein Volk gibt, das sich über ein anderes erhebt, sondern alle sind gleichwertig, aber alle haben verschiedene Aufgaben. Es geht nicht darum, dass der eine besser oder schlechter ist oder von der Schöpfung vorgesehen ist, wie es schon mal fälschlich verstanden worden ist in unserem Land, sondern es geht darum, ich glaube, dass die Menschen sich hier anders organisieren wie die Menschen in Togo. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen in Togo weniger Lebenslust und Freude und Qualität haben, geistiger Art. Es ist mir ganz wichtig, weil uns haut man immer wieder auf die Finger, sobald nur ein Thema ansatzweise in diese Richtung geht und man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass es das nicht ist. Schauen Sie, ich möchte schon etwas einschränken. Die Deutschen haben ein paar Grundfehler gemacht. Darum haben sie den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg bekommen. Wenn man so geniale Ideen hat, Erfindergeist, auch verbal und so weiter, Schriftstellerisch, die Sprache ist genial, die deutsche Sprache, darum müssen wir dieses Thema Humanwirtschaft in Deutsch machen und nicht in Englisch oder Französisch oder schon gar nicht Italienisch. Das ist eben vom Kosmos so programmiert. Aber mit dieser deutschen Überheblichkeit oder wir wissen alles am besten, haben sie sich schon unbeliebt gemacht. Und ich bin froh, dass ich sagen kann, ich bin Schweizer und ich sehe das ein bisschen aus einer anderen etwas lockeren Art, nicht so, ich sage mal, dogmatisch fokussiert, wir sind die Einzigen. Ich ärgere mich sehr oft, wenn die Deutschen darüber reden, dann sage ich, ihr redet immer von uns. Wir Schweizer gehören auch zu euch, aber wir denken ein bisschen anders und ich kann euch eines verraten, die Schweizer mögen das gerade nicht an euch Deutschen. Und damit macht ihr euch unbeliebt. Also lasst euch bitte führen von den Schweizer und dann habt ihr dieses braune Mäntelchen einmal weg und da werdet ihr nicht immer gleich in die Nazi-Ecke gestellt. Es wäre nur euer Schutz. Kommt in die Schweiz. Die Schweiz ist ein offenes Land. Verstehen Sie? Und übernehmt die Ideen der Schweizer und proklamiert sie in deutscher Sprache dem Rest der Welt. Das ist euer Auftrag. Das ist das, was die Erzengel-Michael-Mission bedeutet. Die Deutschen und die Slaven haben diesen geistigen Auftrag, ich sage es, Christusbewusstsein, das heisst für mich, gründe die Solidargemeinschaft, beendet den Konkurrenzkampf und damit den Materialismus. Das ist die Definition für mich. Und das geht nur über ein entmaterialisiertes Geld. Und vor allem haben wir von der Gnade Gottes als der Tod gesprochen. Die Menschheit hat sich schon zweimal in die Irre verrannt. Schlacht von Kurukshetra war das zweite. Sintflut war das erste Mal. Da musste Gott die Reißleine ziehen und sagen, jetzt habe ich genug von den Idioten da unten. Die machen ganz genau das Gegenteil von dem, was sie sollten. Und ich muss sie beseitigen, damit sie wieder mal nachdenken können auf der geistigen Ebene und wieder neu beginnen. Und wir stehen kurz vor der dritten Menschheitsvernichtung. Die ist ja auch geplant von den luziferischen Kräften. Georgia Guidestones zum Beispiel. Und wenn wir jetzt nicht das machen, was wir mit Humanwirtschaft machen können und dass diese 800.000 Lichtwesen sich vorgenommen haben, hier zu erledigen, und zwar jetzt, nicht erst in 100 Jahren. Wir leben zwar noch 50 Jahre mit gutem Wasser und guter Gesundheit, über das wir auch noch reden, dann können wir mit 100 Jahren, mit 120 Jahren, können wir hier noch das Heft in die Hand bekommen. Oder noch früher. Ich habe jetzt vorher schon die ganze Zeit eigentlich darüber geredet, was Krishna zu Arjuna sagt. Wenn ich dein Wagenführer sein kann, bist du unbesiegbar. Also wenn wir Gott als unseren Führer akzeptieren, sind wir gar nicht zu besiegen. Wir sind unbesiegbar. Das stimmt jetzt auf die Humanwirtschaft. Und dann hat Arjuna zu Krishna gesagt, dann muss ich sie alle töten. Das ist hier vorne, der Goldige ist also Krishna, also Gott, hinter den Arjuna, der als unbesiegbar bezeichnet wird, wenn ich Gott dein Wagenführer sein kann. Das heisst, wenn Gott täglich deinen Plan vorbestimmt. Und das meditiere ich jeden Tag. Und in meiner Organisation, diese 800.000 Lichtwesen, bekommen von mir einen täglichen Plan, damit sie immer auf dem göttlichen Plan sich einfinden. Sie können gar nicht mehr anders sein. Das ist eine Geschichte aus der Bhagavita, aus einer Art indischen Bibel, oder wie nennt man das? Genau, Bhagavita ist die indische Bibel. Und dann ist die Antwort von Krishna, Anarjuna, wenn er also unbesiegbar ist, dann müsste er sie alle töten. Und da sagt Krishna zu ihm, du kannst sie nicht mehr töten, sie sind bereits tot. Das ist eben der luziferische Plan, der Absturz in die Versteinerung. Den Zustand von uns Menschen, dass wir eigentlich geistig schon gar nicht mehr lebendig sind. Richtig. Sondern versteinert, in der Materie, verhaftet. Und die Körper kannst du nur noch entsorgen. Hedgefondsmanager, 500 Millionen im Jahr und so weiter. Vielleicht. Aber es gibt solche, die werden plötzlich spirituell, kriegen ein Jahr Gefängnis, wachen auf. Gefängnis tut jedem gut. Die Schweiz hat schöne Gefängnisse für diese Leute. In der Schweiz vielleicht schon, so ein Hochsicherheitsgefängnis in Amerika will ich jetzt nicht unbedingt kriegen. Aber die meisten Manager sitzen ja in der Schweiz. Für die hat man in der Schweiz schon schöne Gefängnisse zum Nachdenken, Bücher lesen, Golf spielen, Tennis spielen, können sie alles dort machen. Die können ja mal eine ganze Ladung Bücher in die Gefängnisse bringen. Ja, die kann man alle runterladen von meiner Webseite. Also, vielleicht ist Donald Trump dieser Arjuna, der uns schon mal ein bisschen das Feld frei macht. Da gibt es jetzt ein paar Augenbrauen, die hochgehen. Das müsste man detaillierter besprechen. Aber das mache ich mit einem anderen Gast, den ich auch noch bald habe hier. Da gehe ich dann auf diesen Aspekt mal ein. Genau. Also, jetzt können wir mal kurz, was ein hohes Medium ist. Ich habe sehr früh den Alain Kardec gelernt, die Bücher von ihm gelesen, auch viel verteilt. Er hat vor über 150 Jahren gelebt. Ne, das sind 100 Jahre. Also, wir sprechen hier nicht von RTL, ProSieben und N24 bei Medien, sondern wir sprechen von medial begabten Menschen, die Zugang haben zu anderen Ebenen. Ganz genau. Ganz genau. Also, die hellsichtig sind. Und er hat tausende von hellsichtigen Brasilianerinnen und brasilianischen Kindern mit tausend, das kommt jetzt hier, da steht es, tausend und neunzehn Fragen zu den geistigen Gesetzen, wie Donald Welsch. Der hat ja auch Gespräche mit Gott in Frage-Antwort-Spiel gemacht. Das hat Alain Kardec schon vor 100 Jahren gemacht. Ne, vor 200 Jahren. Also, 1840. 160 Jahre. Und dann kann man sagen, ich habe ein Medium, Sie haben Ihres, Ihres sagt was anderes als meines. Ja, wer hat jetzt Recht, machen wir jetzt demokratische Abstimmung. Das gibt es in der geistigen Welt nicht. Oder? Haben Sie schon mal gehört, dass im Kosmos alles demokratisch... Ich war noch nicht dabei, also ich kann es nicht sagen. Fragen Sie den lieben Gott. Unten. Nach der Meinung eines einzelnen Menschen vertraut man sich nicht an, sondern der vereinten Stimme der Geister. Nicht ein Mensch, sei ich es oder ein anderer, begründet den Spiritismus auch. Nicht ein einzelner Geist, der sich jemandem aufdrängt, sondern die Gesamtheit der Geister, die auf der Erde entsprechend dem Willen Gottes wirken. Also erstens der Wille Gottes muss dahinter sichtbar sein. Und dann ist das die Summe der Geister, die das Gleiche sagen. Das heisst, 100% einstimmig. Und dieses Wissen hat Alain Kardec in 1019 Fragen, da oben steht es nochmal, im Buch der Geister definiert. Also da ist jede Frage gestellt und von hohen Geistwesen mehrfach beantwortet, also identisch. Und wenn man die Bücher von Alain Kardec gelesen hat, kommt am Schluss noch eines dahinter dran, das er nicht geschrieben hat. Und der hat noch definiert, wie viele von hohen Medien geschriebene Bücher sind in der parapsychologischen Gesellschaft in London als hohe, authentische, geprüfte Literatur registriert. Was schätzen Sie? Da habe ich jetzt keine Idee. 21.000 Bücher. Was, 21.000? Ja, sind medial von hohen Geistwesen geschrieben worden. Was glauben Sie, was da drin steht? Alles. Alles. Die Aspekte, die wir jetzt gerade besprochen haben. Es gibt keine Frage, die nicht schon beantwortet wurde. Inklusive, wir haben die Sumerer im Original gesprochen. Also in einem anderen Satz, seit langer Zeit kommen immer wieder ganz alte Seelen, hohe Geister hierher und bringen uns die Konzepte näher. Bloß kein Mensch hat sie bis jetzt erkannt, weil wir alle noch so versteinert sind und die ganze Zeit Guldo Knopp Gedächtniskanal gefangen sind. Genau. Schöne Zusammenfassung. ZDF Info übrigens habe ich damit gemeint. Ja, wir werden pausenlos von der Wahrheit abgelenkt, in Sackgassen manipuliert. So, ich habe schöne Erfahrungen gemacht mit meinem Medium. Die hat mir mal mitgeteilt, jetzt bin ich zurückgegangen, Entschuldigung. Als ich mein Buchmanuskript, also noch nicht so schön gedruckt, einfach mal Computer ausdrucke, ich habe es 1994 geschrieben, 1995 habe ich es an meinem Medium gezeigt, dann hat sie gesagt, ich sehe den ganzen Film deines früheren Lebens. Sie hat mir Namen gesagt, gesagt 330 bis 360 Jahre, warst du jetzt nicht da, damals hast du das Wissen gehabt und auch die Macht, dieses Wissen umzusetzen. Hast leider nur zu kurz gelebt. Da ist sie gerade. Und das war deine damalige, sie hat mir auch gesagt, deine damalige Frau ist jetzt deine Mutter. Ihr hattet vier Söhne und einer davon hat in Europa ziemlich viel zusammen, nicht geraubt. Er hat für viele Kaiser, hat er gedient. Ich war auch, das sieht man hier, strategisch als Befehlshaber und Wissensträger und Berater war ich unterwegs. Also, ich weiss, wie man eine Armee führt. Das hat zu meinem früheren Leben gehört. Ich war auch schon in meinem früheren Leben irgendwo, ich habe lange mich, also in Edgar Cayce, seinem Buch, hat er mir Hinweise gegeben, warum ich immer auf einen Namen, auch auf einen Vornamen reagiert habe, weil das schon in meinem früheren Leben meine Namen waren. Dann habe ich immer reagiert auf Azteken. Dann hat mir mal ein anderes Medium gesagt, ja, wir waren dort auch schon zusammen. Dann habe ich immer meine Ex-Frauen bei meinem Medium analysiert, da sagt mal, eine der Damen, also auch immer das gleiche Medium. Ja, das war mal dein Leibwächter in Japan, ein hoher Samurai. Also war ich auch schon in Japan. So sind unsere Leben. Das ist bei Ihnen genauso gewesen. Ich muss nur kurz gerade mich selber beobachten, wenn ein Profiler mich jetzt anschauen würde, dann würde der sagen, der Herr Stein verschließt sich dieser Information gerade, weil ich gerade so, mir ist gerade ein bisschen kalt, deswegen sitze ich so. Nämlich nicht wirklich. Wie sicher ist es für Sie, dass Sie das auch wirklich waren? Weil ich meine, es gibt ja nicht wirklich einen Katasteramtsauszug, wo genau Buch geführt wird, dass der Herr Klausner schon mal so und so viel war und da und da war. Ja, ich war nur Berater. Wie ist das für Sie, wie authentisch sind diese Informationen für Sie? Ist das nur Ihr Gefühl? Oder wie soll man damit umgehen? Weil ich kann das schwer greifen. Ich konnte es auch nicht greifen. Als mir das Medium das erzählt hat, habe ich gesagt, erzähl nicht zu einem Blödsinn. Ja, ich habe es abgelehnt. Als dieses Medium mir dann aber ganze Verträge, die ein Jahr später erst geschrieben wurden, schon heute vorgelesen hat, mit Namen drauf, die ich nicht wissen konnte, sie noch weniger und die mir noch pausenlos solche andere Beispiele gezeigt hat, wie gut sie Vergangenes rekonstruieren kann, wie sie Energiefelder sieht. Und dann habe ich auch von den Namen und Jahreszahlen, die sie mir so präzis gegeben hatte, konnte ich in Geschichtsbüchern mich finden. Also mich nicht, aber meinen Sohn. Ich verstehe. Also für Sie gab es genügend plausible Erklärungen. Erst später habe ich das geglaubt. Okay, ich verstehe. Und erst jetzt getraue ich mich auch darüber zu reden. Also Sie sind der Erste, der von mir so etwas hört. Damit nicht mehr der Einzige. Nicht mehr der Einzige. Wir sitzen jetzt nicht am Küchentisch, das ist Ihnen klar. Genau. Aber jetzt ist es wichtig für den Gesamtauftrag Humanwirtschaft, dass man weiß, man kann sich auf die Mannschaft verlassen. und der Vordenker, möchte ich jetzt mal sagen, der weiss, von was er redet. Und jetzt möchte ich Folgendes noch damit dokumentieren. Auch diese reinkarnierten Geister haben heute noch das Heft in der Hand. Die regieren heute noch. Und die waren früher wieder demokratisch, die sind es auch heute nicht. Das ganze Demokratiegetue ist eine Show. Der alte physische reinkarnierte Adel hat das Heft in der Hand. Die Unternehmer ab 6.000 Angestellte sagen, wo es lang geht. Und am meisten sagt der Verein, wo es lang geht. Und wo ist es da Demokratie? Ich glaube nicht, dass im Vatikan Demokratie doch einstimmig aber. Das ist die Zukunft. Das ist die sogenannte Ständedemokratie der Schweiz. Die wollen wir natürlich dann einführen. Die wird in kleinen Gruppen wird die geführt. Und ich mache mir jetzt folgendes Ziel. Erst in 2024 bei den nächsten Wahlen in der Schweiz haben wir die Chance, wenn wir uns jetzt gut organisieren, als ständedemokratisches Volk mit einem eigenen Geldsystem und einer Dreigliederung der Parlamente eben diese spirituelle Grundlage zu manifestieren. Nämlich den auf Geist basierenden Staat. In kleinen föderalistischen Einheiten nach dem Vorbild der Schweiz mit einer durch die Deutschen kommunizierten DIN-Norm wie wird Geld in Zukunft WEG nenne ich es ja Welteinheitsgeld wie wird Geld in Zukunft gerecht verteilt damit der Überfluss der Güter allen zugute kommt. Weil weltweiter Wohlstand ist ein Menschenrecht. Es steht in der UNO-Charta die Menschenwürde ist unantastbar. Aber wenn sie mit 2 Dollar leben müssen das müssen 2 Milliarden Menschen Schlimmer 5,6 Milliarden Mit 2 Dollar Also es hat doch nichts mit Menschenwürde zu tun. Das ist der Stand von Mexiko Mexiko hat ein durchschnittliches Tageseinkommen von 2 Dollar und 5,6 Milliarden Menschen leben unter dem Niveau von Mexiko Unwahrscheinlich Zwei Drittel der Welt Also wir leben total entgegen dem göttlichen Plan Ja Das kann man schon sagen Das überspringen wir jetzt ein bisschen Ich meditiere das täglich Ich gebe das allen meinen Mitstreitern Das steht auch auf meiner Webseite Eben der wichtigste Satz ist Ich lege meine Hände in die führende Hand meines göttlichen Ich bin und lerne geduldig auf seine Weisungen zu lauschen Ja Das sind sie immer Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges Das Vaterunser sollte man richtig beten Die katholische Kirche Vaterunser der du bist im Himmel Bitte bleib schön lang da oben damit wir immer noch deine Vertretung hier spielen können Also die Vaterunser Beter die werden es immer verhindern dass Jesus wieder auf die Welt kommen kann Weil sie das Der du bist im Himmel Weil sie den falschen Text manifestieren Richtig Und ich manifestiere das richtig Vaterunser der du bist in uns allen Ja Und ich geheiligt werde Was soll dein Name Name heiligen Gott hat keinen Namen Geheiligt werde deine alles verbindende Liebe Das ist der Leib des Kosmos Das soll geheiligt werden Das ist das Grundgesetz der Schöpfung Und dein Reich komme Dein Wille geschehe Und natürlich habe ich am Schluss dann noch drin Und nicht Vergib uns unsere Schulden sondern Humanwirtschaft Wir verrechnen unsere Schulden Ja Ich muss manifestieren Und wieso soll ich das nicht täglich beten Entschuldigung Berechne unsere Schulden Ja Schauen Sie Herr Stein Man muss eine Mannschaft auf eine Strategie täglich fokussieren So Steht auf meiner Webseite Schicke ich auch jedem Ja Da komme ich jetzt nicht drüber weg Es ist gut Spielt keine Rolle Das sind kosmische Naturgesetze So Und ich habe mal jemandem Auch in meinem Buch steht das Der hat mir die Frage gestellt Herr Klausner Das mit ihrem Gewinnschutz Mein Buch hat als die Grundthese Gesetzlicher Gewinnschutz Ist dringend erforderlich Wenn die Märkte gesättigt sind Vorher kann man schon Konkurrenzkampf machen Da habe ich nichts dagegen Aber seit 1992 oder 96 Ist der Markt gesättigt Und da kam mir eben Dieses Gesetz der Banken Wer Geld verleiht hat Das Recht Zinsen zu verlangen Kam mir mit 19 Jahren Zu Gesicht im Buch Habe ich das letzte Mal gezeigt Da habe ich dem Herrn Der mir die Frage gestellt hat Eine Geschichte erzählt Habe ich gesagt Schauen Sie Geld ist ein Politikum Wir sind jetzt Die Regierung Ja Oder Sie sind jetzt Die oberste Regierung Spielen wir das so Wie ich das gemacht habe Wenn Sie jetzt Moment ich muss mich Nein Ich muss mich regierungsmäßig Hinsetzen Dann auch Montäne Nein Sie sind der liebe Gott Herr Stein Oh 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 Sie sind der liebe Gott Sie erklären mir jetzt Was ich tun soll Als Ihre Vertretung auf Erden Ja Das ist ein bisschen viel Verantwortung Wenn Sie sagen Jetzt habe ich so einen schönen Planeten geschaffen Die Erde So Biosphäre Tiere Menschen Ah nee Und jetzt mache ich einen Menschen Nach meinem Ebenbild Frage Machen Sie als universeller Schöpfer Der alles kann Einen Menschen Also nur Adam Oder nee Eva Geben Sie auch noch dazu Machen Sie jetzt ein paar Oder machen Sie viele Um aus dem schönen Paradies Ein noch schöneres Paradies machen Glauben Sie, dass zwei Menschen genügen? Nee Was würden Sie sagen? Ich würde einen ganzen Überraschungskorb basteln Viele Viele verschiedene Farben, Rassen, Ideen, Ideologien Also Wir halten fest Göttlicher Plan heisst viele Menschen Vielfalt, Diversität Wie heisst Diversität? Also nicht die da Nicht genau das Gegenteil von Das Gegenteil von Guidestone Von Georgia Also da haltet die Menschen auf 500 Millionen begrenzt Ja Und seid kein Krebsgeschwür Das kann nicht ihr ursprünglicher göttlicher Plan sein Das ist der luziferische Oder? Punkt 1 Wer das nicht weiss Das Stichwort bei Google nachschauen Georgia Guidestone Richtig Guidestone steht hier Ja Man findet es auch ohne Jetzt sitzt der liebe Gott wieder da Auf seiner Wolke Guckt drunter Viele Adams Viele Evas Schöner Planeten Alle haben ein Häuschen Ah ja Natürlich gibt Gott den Menschen Die Einmaligkeit der Schöpfung auch Also sie sind Moderator Machen viele Oder schreiben Bücher Ja Sie sitzen vor ihrer Hütte mit ihrer hübschen Frau Stapel Bücher Oder ein Stapel Äpfel Oder sie produzieren einfach das Was sie als ihre Einmaligkeit können Auch natürlich im Überfluss Sie sind nicht limitiert Sag keiner Du musst aufhören Ja Jetzt schaut der liebe Gott runter und sagt Toll Viele Menschen vor ihrer Hütte mit vielen Einmaligkeiten Stapelweise vor der Hütte Ach ich brauche da noch etwas Die brauchen doch etwas zum Austauschen Die brauchen ein Geld Also ich will damit beweisen Auch Geld muss ein göttliches Gesetz sein Ja Weil wir brauchen ein Tauschmittel Um die Einmaligkeiten auszutauschen Jetzt kommt aber der springende Punkt Wieder die Frage an Sie Lieber Gott Würden Sie jetzt für viele Menschen Mit vielen Einmaligkeiten Wenig Geld machen Wie es in der Universität gelernt wird Wenig Geld ist werthaltiger Wissen Sie doch Was würden Sie sagen Viele Menschen Viele Einmaligkeiten Wenig Geld Oder viel Geld Ja Sie haben es sehr beantwortet Viel Geld Also es muss viel Geld sein Also Viel Geld Nämlich die richtige Geldmenge Zur richtigen Zeit Am richtigen Ort Und sie auch wieder auflesen Das kommt noch Also viel Geld ist auch die Grundlage Einer Schöpfung Und jetzt kommt ja mein dritter Und jetzt sitzt Jeder wieder vor der Hütte Viel Geld Rechts Viel Einmaligkeiten Links Die tun immer noch nichts Es fehlt doch noch ein Motiv Damit alle Menschen Auf diesem Planeten In einen Austausch gehen Also sie gehen nicht Wenn sie auf dem Weg Ausgeplündert werden Oder am Ziel Fuss in den Popo kriegen Und sagen Tschüss Schön, dass du das gebracht hast Bring es morgen wieder Sonst kriegst du die Peitsche Da gehen sie einmal hin Und nachher nie wieder Oder? Also sie müssen ein Motiv haben Dass sie gerne dahin gehen Mit ihrer Einmaligkeit Weil sie wissen Dass wenn sie es dort abliefern An der gesamten Gestaltung Eines noch schöneren Planetes Dann bekommen sie mehr zurück Als sie hinbringen Das ist der göttliche Gewinnschutz Das ist Humanwirtschaft Göttlicher Gewinnschutz Ja, Gewinnschutz muss auch Ein göttliches Gesetz sein Entschuldigung, aber es klingt halt Einfach so Wenn sie sagen Göttlicher Gewinnschutz Wie wenn Gott das mit garantiert hätte Eben, wir haben es vergessen Ich verstehe das Konzept dahinter Wir haben es vergessen Ja, ja, ich verstehe Und hat das materielle Geldsystem Immer das Gegenteil angehört Gönne dem anderen keinen Gewinn Du verlierst viel Geld Wenn es aber deine Geldsumme Deine Einmaligkeiten sind Die du jederzeit selber reproduzieren kannst Weil du die Nationalbank Deiner Einmaligkeit bist Dann hast du kein Problem So Aber wenn du einen Monopolisten Als Nationalbank Über dich setzen lässt Wie wir das mit der Gesetzgebung 1913 Federal Reserve In Amerika Uns das einbrocken lassen mussten Durch Lug und Betrug Das wissen wir Dann haben wir schlechte Karten Dann sind wir blockiert So Und diese Blockade Die ist jetzt vorbei Weil wir wissen Dass die erstens Keinen Führer mehr haben Die Herren Die das uns vor 105 Jahren Eingebrockt haben Monopolbanken Schauen Sie Wenn ich Ich habe gerade Per Zufall Ein Video geschaut Die Abschaffung Des Bargeldes Wann war es? 1913 1913 War die Federal Reserve Gegründet worden Aber die Abschaffung Des Bargeldes Wissen Sie was kommt? Alles Geld Wird nur noch Von Nationalbanken Elektronisch ausgegeben Nicht dass die anderen Banken Da noch was mitzureden hätten Die gehen ja sowieso Alle pleite Sollen sie auch Das wollte man ja schon Es gibt pausenlos Bankenpleite Das ist gewollt Verstehen Sie? Weil am Schluss Sollen nur noch Nationalbanken Unter einer Direktive Regieren Auf elektronische Die hatten wir schon Ja Und wir wissen Wir stehen alle auf dem Kopf Wir haben eine total verkehrte Welt Ja Und da alle auf dem Kopf stehen Fällt es uns nicht mehr auf Weil alle gleich den falschen Horizont haben Ja Richtig So Man In meiner Geldtheorie Ich habe mal angenommen Wir schaffen es in vier Jahren 10 Prozent Wir hatten nie eine Chance Wir hatten nie eine Chance Weil es das Gesetz gibt Steuern Plus 4,3 Milliarden Also 4300 Millionen Das ist sozusagen unsere Reservekasse Um das System mathematisch abzusichern Das ist so diejenigen Die quasi im Leben die ganze Zeit nur Richtig Schulden aufsammeln Am Anfang werden uns viele testen sein Funktioniert das überhaupt Was da der Klaassen da erzählt Oder Also wir testen ihn mal Das haben sie auch vor 500 Jahren Nein, vor 300 Jahren Als die Banknote eingeführt wurde Und gesagt Die ist dann mit Goldbarren gedeckt Ja Die ersten haben immer das getestet Oder Die haben ihre Banknote auf die Bank gebracht Und gesagt Ich hätte gerne meinen Goldbarren Wehe Der Banker hätte ihm keinen Goldbarren gegeben Ja Der hat dann gesagt Das funktioniert nicht Das ist alles Betrug Die Banker waren schlau genug Zu sagen Ja wir schauen Die ersten Schreihälse Denen gehen wir natürlich Goldbarren Und wir sorgen dafür Dass es die allen erzählen Dann kommen höchstens 5% Und wollen ihre Goldbarren Und die 95% der anderen Die glauben es dann Das reicht Wenn man ein paar davon überzeugt Und dann Altes mathematisches Spiel Überzeuge die ersten lauten Und die erzählen es den anderen Das funktioniert Genauso brauchen wir eine Kriegskasse Darum rede ich immer Ich brauche mal ein paar Millionäre Mit 30 Millionen Das können wir auch wieder decken So und jetzt gibt es noch eine Story Von anderen spirituellen Leuten Wann beginnt das Wassermannszeitalter Für mich hat es schon lange begonnen Ich habe ja zwei Jahre Vis-a-vis von diesem Berg Das ist wiederum die Jungfrau gelebt Gewohnt Und habe immer rüber geschaut Weil mir ein Insider Ein Wissender von dort Von Beatenberg gesagt hat Schau mal Das Kriegsloch in der Jungfrau Wenn das offen ist Gibt es keinen Krieg Was heisst offen? Ist da eine Öffnung Die vorher nicht da war? Man hat viele Geschichtsbücher gefunden Wo drin steht Das Kriegsloch war zu Beim deutsch-französischen Krieg 7071 Im letzten Jahrhundert Im Ersten Weltkrieg war es zu Im Zweiten Im Vietnamkrieg war es zu Im Koreakrieg war es zu Und seitdem ist es nicht mehr zu Das heisst Diese Syrienkriege Sind keine grossen Kriege Verstehen Sie? Das heisst Wenn es einen grossen Konflikt Auf der Erde gibt Verschwindet diese Öffnung im Berg? So ist es Was heisst Verschwindet Ist da Schnee drüber Oder ist dann die Mauer wieder dicht? Das ist ein Gletscher Der wächst zu Also es gibt hellsichtige Menschen Die sagen Aus diesem Kriegsloch Kommt ein kosmischer Strahl Das ist die Verbindung Ins Universum Okay Das ist die Verankerung Des Wissens Auf dieser Erde Eben fokussiert Im Berner Oberland Ja Und ich bin da Mit jemandem Ein bisschen im Clinch Also nochmal Damit ich es richtig verstehe Jetzt ist dieses Loch offen Und bleibt offen Bedeutet Wir haben nicht die Situation Wie wir es bei anderen Großen Kriegen hatten Wie Erster, Zweiter Weltkrieg Oder Großer Koreakrieg Sondern Diese Scharmützel Also Jemen ist schon auch Eine große Nummer Und Syrien Das sind jetzt auch Ein paar Millionen Ja das sind kleine Menschheitsbeseitigungskriege Diese Versteinerten Zu entsorgen Das hat nichts Klingt ein bisschen hart Klingt hart Klingt ein bisschen hart Also muss ich sagen Das hat nichts mit einem Großen Krieg zu tun Achso Sie meinen Wenn ein großer Die Menschheit bedrohender Krieg Existieren würde Dann würde es zugehen Und jetzt ist die Geistige Seite Mächtiger Wie die dunkle Seite So ein Monstar drauf Ja Weil ich will jetzt nicht Die Kriege Die jetzt stattfinden Marginalisieren Das wäre den Opfern Gegenüber wahrscheinlich Nicht gerechtfertigt Aber ich habe den Gedanken Verstanden Man sagt im Wassermannszeitalter Das für mich schon 1980 Begonnen hat Oder aus diesem Buch Kann man das herauslesen Das 1980 gekommene Wassermannszeitalter Wird große Kriege Nicht mehr möglich machen Siehe das Kriegsloch In der Jungfrau In Berner Oberland Und das ist immer offen Ich schaue es ab und zu Wieder an Und ich frage auch Ab und zu Leute Die da oben wohnen Ist das Kriegsloch zu Wäre es zu Dann Rucksack packen Und Richtung Neuseeland Zum Beispiel Oder Kanada Oder Was weiss ich Gibt noch mehrere Möglichkeiten Ja Also ich werde sie dann informieren Wenn das Kriegsloch zu ist Aber ich gehe davon aus Es wird nie zu Gehen mehr Weil wir jetzt hier Mit unserer Mannschaft Das aufbauen können Diese politische Arbeit Zum Systemwechsel Solideo-geno.ca Das ist meine Webseite Da kann man sich einschreiben Da kann man dieses Formular runterladen So Man nennt das Zeichnungsschein Ich hatte früher immer 300 Euro verlangt Äh Franken Entschuldigung Und wir wollen jetzt mit allen Mitteln 100.000 Genossenschaft aktivieren Mal 300 Franken Macht 30 Millionen Und damit ist der politische Weg In vier Jahren finanziert Das wär's Euroweg Ist die Software dazu Die Genossenschaft Wir können das ja auch dann wieder Unten ran Äh Schreiben Damit sich da wieder ein paar Lichtwesen Angesprochen fühlen Da können Sie mich unterstützen Das heisst Sie müssen jetzt erst die Schweiz übernehmen Und die Schweiz als Vorbild Weil die Schweiz ja sowieso Exzeptionell ist Auf der ganzen Welt Hat sich aus allen Kriegen rausgehalten Das Finanzsystem funktioniert besser Es funktioniert alles besser in der Schweiz Wenn man da hingeht Ich verstehe nicht wie die das machen Ähm Wie ihr das macht Aber ähm Ähm Ja vielen Dank für die Ausführungen Hat mir bis jetzt von allen Gesprächen am besten gefallen Weil ich jetzt Dass auch ihre Motivation besser durchdringen kann Oder besser verstehe was so die Basis von dem Ganzen ist Ähm Ähm Ich bin natürlich immer noch etwas skeptisch Weil ich finanztechnisch nicht den Durchblick habe wie Sie das haben Aber ich erkenne die Chance Aber ich erkenne die Chance die in diesem System drin liegt und ich erkenne natürlich auch Sie jetzt mittlerweile schon länger Welches Feuer und welchen Elan Sie damit bringen Ich würde mir wünschen dass Sie genau diejenigen ansprechen dass Sie diejenigen erreichen durch unsere Gespräche die wichtig sind für so ein System ja Wäre natürlich zu hoffen Sie werden schon noch verstehen Herr Stein Dass das die einzige umsetzbare Lösung ist ja Ich habe mich 20 Jahre martern lassen auch von Fragenden von hochkarätigen Leuten Ich habe mich also erst zu diesen Videos mit Ihnen entschlossen wo ich 100%ig sicher war Ähm Und auch meine Softwarefirma die jetzt in der Zwischenzeit schon über 100 Leute hat Wir können das Backoffice softwaretechnisch alles abdecken ja Mit diesem System sind wir aus diesem ganzen Kontrollsystem raus Ja Und wir können kleine Beträge als Honorar reinfließen lassen ohne dass die Bank 90% mit Spesen in die eigene Tasche Und das wäre eine gigantische Lösung für all die die jetzt Zum Beispiel habe ich einen Freund der scannt alle Bücher rein Der sagt du ich verdiene gar nichts an dem Alle laden meine Bücher per PDF raus runter und zahlen nichts Und sage ich tu deine Bücher auf die Euroweg Plattform und verlange 1 Euro oder 10 Cent je nachdem Dann kommt was rein oder und jeder Mensch wenn er ein Blankokreditkonto hat bei Euroweg und das hat er ist gerne bereit deine Leistung zu honorieren mit kleinen Beträgen da kommen auch Summen zusammen Ja ich verstehe was Sie meinen Also wir könnten es propagieren und das wäre für alle ein Gewinn Ich danke Ihnen Okay Bis zum nächsten Mal Wir haben noch einiges zu besprechen und ja liebe Zuschauer danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal bei Nuviso hier bei uns bei Steinzeit Ich hoffe ihr habt euch genauso gut unterhalten wie ich mich gerade ja alles Gute bis dann Ciao Bis zum nächsten Mal bei훈AT Hm Untertitelung des ZDF, 2020